Wir sind am belebten Marktplatz von Neuenburg. Willkommen zu unserem Tourtagebuch. Den ersten Erfolg haben wir heute schon eingefahren. Wir haben bereits 10 Leberkästsämmen gekauft und lassen uns die später beim Aufbauen schmecken. Macht es gut! Die Technik steht, der Ton läuft vielleicht auch, weil sie nicht so gut sind. Wunderbar. Licht dauert wahrscheinlich nur ein bisschen, weil das ist ein Thomas-Sidejob. Aber wir sind fertig und schauen jetzt noch ein bisschen nach Neuenburg raus, um da etwas... Was machen wir da? Nach dem Nebel suchen. Weil wir dürfen heute Abend nicht nehmen, haben wir gerade erfahren. Stimmt. Und ansonsten schauen wir mal, ob vielleicht noch ein paar spontane Zuhörer für unser Konzert heute Abend zu begeistern sind. Wunderbar. 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 Wir sind gerade von unserer Neuenburg-Tour zurück und freuen uns riesig auf 20 Uhr. Hier ist Berto Mio TV mit den Nachrichten. Bis gleich! Ja, und da sind wir zurück, ich habe ihn gefunden und jetzt kriegt er live diese Frage gestellt. Wir haben gerade im Berto Mio Bus eine leere Nebelmaschine gefunden. Was sagen Sie dazu, dass wir heute Abend nicht nebeln dürfen? Kein Kommentar. Ja, das ist das immer die bitteren Leute, wie im Fußball, die Leute, die sich nicht auskennen, geben immer keinen Kommentar ab und gehen dann einfach beleidigt. Ja, servus Berto Mio Freunde. Zwei Stunden bis zum Auftritt und was ein Sänger halt vor dem Konzert immer so macht. Aufwärmen! Du übst für I like to move it? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Move it! I like to... So, liebe Berto Mio Freunde, wie ihr seht, wir können uns gerade abbauen. Wir haben ein erfolgreiches Konzert hinter uns. Wir sind jetzt am Probe, wenn wir heimkommen. Wir sind alle noch fleißig am Hut kommen. Und wir hoffen euch vielleicht einmal in einem anderen Konzert, in Eumarkt oder in Passberg, wie ihr seht. Also, wie ihr seht, wir sind sehr geschäftig und das Konzert wird mit Sicherheit super, das nächste. Tschüss! Meine Damen und Herren, seid ihr bereit für die Show? Wir servieren euch heute einen Orvum to go. Die Hände sind oben rein und klatschen intakt.